Der Triumph des Bacchus ist die neuzeitliche Bezeichnung für ein doppeltes künstlerisch-mythologisches Motiv, das während der Antike entstand und einerseits die triumphalische Rückkehr des Gottes Dionysus aus dem kultisch unterworfenen Asien, andererseits die feierliche Verbindung desselben Gottes mit der sterblichen Ariadne zum Thema hat. Mythos Der griechische Gott Dionysus oder Bacchus galt als Eroberer Asiens, so in Euripides Bacchus, wo er nach Theben heimkehrt. Nachdem er Lydien für seine Verehrung gewonnen hat, mit ihm verbahnt sich die Vorstellung einer friedlichen Invasion und Zivilisierung des Ostens, in dem der Gott und sein Gefolge in einem eigentlichen Triumphzug selbst Indien mit dem Tirsus anstelle des Speers und mit Festanstelle von Schlachtmusik überwandten und dort den Wein und seine Wohltaten einführten. Die ausführlichste Beschreibung davon gab noch im 5. Jahrhundert der spätantike Autononos von Panopolis in seinem 25.000 Hexameter umfassenden Epos Dionysiaca. Eine der mythologischen Geschichten, die über Dionysus erzählt und literarisch verarbeitet wurden, war dessen Begegnung mit der kritischen Prinzessin Ariadne. Die Tochter des Minos hatte dem jungen Athener Theseus geholfen, den Minotaurus zu töten und wieder aus dem Labyrinth, wo sich das Ungeheuer aufgehalten hatte, herauszufinden. Danach war sie mit Theseus geflohen, doch hatte dieser sie auf Naxos zurückgelassen. Naxos war auch die Lieblingsinsel des Dionysus und dort fand er die Klagende Ariadne vor. Verliebte sich sofort und heiratete sie als Hochzeitsgeschenk erhielt Ariadne eine Krone aus Juwelen, die nach ihrem Tod als Sternbild an den Himmel stieg. Ariadne selbst geleitete Dionysus aus dem Hades in den Olymp, wo sie zur Göttin wurde. Diese Sage findet sich etwa bei Ovid. Künstlerische Umsetzung Der dionysische Themenkreis war während der Antike sehr beliebt. Zahlreiche Bilder finden sich auf Vasen, Mosaiken oder an Hauswänden. Als Gott der Ekstase und des Massenrausches wurde Dionysus, den man in den groß angelegten Dionysien und Bacchanalien ehrte, meist von einem ausgelassenen Gefolge umgeben dargestellt. Manche Quellen behaupten, dass auch Alexander der Große nach seiner Rückkehr aus Indien ein rauschendes Fest in Nachahmung des Dionysus feierte. Dionysus sollte denn auch im hellenistischen Herrscherkult eine wichtige Rolle spielen. Die siegreiche Heimkehr im Triumphzug, wo dem Volk exotisches Beutegut der eroberten Ländereien gezeigt wurde, war in diesem Zusammenhang auch in Rom mit seinen ständigen Kriegen gegen Persien topisch der Triumph selbst auch ein sakraler Akt. Eine weitere Identifikation der Römer mit Bacchus erfolgte zudem durch die Ausbreitung des Weinanbaus in ihren Provinzen. Darstellungen von Triumphzügen des Dionysus erschienen vermehrt ab der Antoninenzeit. Unter dem Einfluss der wachsenden synkretistischen Glaubensvorstellungen erhielt auch Dionysus den Aspekt einer Erlöser-Gottheit, welche die bisherige Götterwelt in sich vereinigte. Insbesondere auf Sarkophagen sieht man den ekstatischen Triumphzug des Dionysus und die Hochzeit des Dionysus mit Ariadne als Hinweis auf die Vereinigung des Menschlichen mit dem Göttlichen. Nach dem Ende der griechisch-römischen Religionen wurde der Siegeszug des Dionysus erst wieder während der Renaissance im Zuge der antiken Rezeption aufgegriffen, ausgehend von Italien in der romanisierten Bezeichnung als Triumph des Bacchus. Lorenzo de Medici schrieb ein Lied Il Trionfo di Bacchus e Ariadna, das wohl am Florentiner Karneval im letzten Viertel des 15. Jahrhunderts gespielt wurde. Der Gesang feierte den Genuss der Jugend und des Moments. Intensiv beschäftigte sich die Kunst des Barock mit dem Thema, das viele Möglichkeiten einer reichhaltig-dynamischen Darstellung bot. Abgebildet wurden in wechselnden Zusammensetzungen Bacchus, Ariadne, das Gefolge aus Saaten und Männaden und auch der trunkene Silen auf seinem Esel. Als Begleitobjekte der Triumphwagen, Raubkatzen als Zugtiere, Kronen aus Efeu oder Weinlaub, Weintrauben, Reben, Tirsus, Doppelflöten, Hörner und Zimbeln, Schlangen, Elefanten und andere exotische Tiere, Weinschläuche, Krüge und Trinkschalen etc. Dabei dienten der Bildentwicklung neben den römischen und griechischen Quellen zu den Dionysosetschen auch Beschreibungen der antiken Bacchanalien. Trotz des mythologischen Apparats spielte in der langdauernden neuzeitlichen Beschäftigung mit dem Motiv dessen antike religiöse Bedeutung kaum noch eine Rolle. Unter dem Einfluss neu-platonischen Gedankenguts verschob sich der inhaltliche Schwerpunkt hin zum Triumph der göttlich verstandenen Liebe. Für die sinnbildlich die Begegnung von Bacchus und Ariadne und deren Hochzeitszug stand. Allerdings auch wie bereits in Lorenzo de Medizis Gesang deutlich hin zur Festfreude. Zunehmend rückte irdische Sinnlichkeit anstelle der ursprünglichen Transzendenz ins Zentrum des künstlerischen Interesses. Die Verwältlichung des Themas wird in Diego Velasco es Triumph des Bacchus besonders weit geführt, wo Bacchus mitten in einem Gefolge von grobschlechtigen Bauern oder Soldaten sitzt. Einer von diesen einen Weinlaubkranz aufgesetzt bekommt und zwei der Zecher dem Betrachter direkt ins Auge sehen. Das Bild erhält auf diese Weise eine ganz weltliche Gegenwärtigkeit. Triumph des Bacchus steht am Ende dieser Entwicklung nicht mehr im Zusammenhang mit etwas Göttlichem, sondern wird zum Begriff für die ausgelassene Trunkenheit nach dem Genuss von Alkohol. Der englische Schriftsteller John Evelyn bezeichnete den Londoner Frostjahrmarkt von 1683-84 still mit seinem Gesaufe als einen barkanalischen Triumph.